Hallo Fußballfreund und herzlich willkommen zu Top oder Flop deiner Sprechung im 8. Finale des DFB-Pokals. Und wir gucken und wir müssen natürlich auf die Partie gucken zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund. Denn Dortmund ist raus, der BVB hat in Bremen gegen Werder, die jetzt letztlich wirklich nicht gut drauf war, mit 3 zu 2 verloren. Und wir gucken mal ganz kurz zum Spielverlauf, bevor es da noch die Bewertung gibt, ob auch der Sieg der Bremer wirklich auch in Ordnung geht. Erstmal kurz, wie gesagt, zum Spielverlauf Bremen. Ging nach einer guten Viertelstunde in Führung durch, Davy Selke, der eine richtig gute Partie gespielt hat, ein ganz wichtiger Faktor. Aber 30. Minute, dein absolutes Traumtor von Leonardo Bittencourt, dein Eckball wird erstmal geklärt. Bittencourt fackelt den dann aber nochmal aus gut 20 Metern drauf und schießt Bremen ins Glück zum 2 zu 0. Zweite Hälfte kam dann auch Erling Haaland in die Partie und wenn er reinkommt, natürlich, was macht er dann? Ein Tor. 67. Minute, Dortmund kommt nochmal zurück durch Erling Haaland zum 1 zu 2. Aber gerade mal 3 Minuten später macht dann Milut Rashica das 3 zu 1. Aber es war es immer noch nicht. Dortmund brachte den Youngstar Reina in die Partie und er machte dann nach 78 Minuten nochmal den Anschlusserfahrt zum 2 zu 3. Aber es reichte nicht und somit konnte Bremen das Ding mit 3 zu 2 gewinnen. Nun natürlich die Frage nach Top oder Flop. Und ich finde, man muss insgesamt schon sagen, das ist Top. Bremen mit einer exzellenten 1. Hälfte. Da haben sie wirklich richtig, richtig gut gespielt und Dortmund, ja, da hat einfach die 2. Hälfte nicht mehr für gereicht, um das Spiel noch zumindest zum Ausgleich zu bringen. Natürlich hatten sie mehr Schüsse aufs Tor, mehr Chancen, mehr Ballbesitz auch vor allem im 2. Durchgang, was natürlich auch logisch ist. Aber taktisch gesehen hat das Bremen vor allem auch im 1. Durchgang exzellent gemacht und damit finde ich auch aufgrund der Emotionen, aufgrund der Kampfbereitschaft dieses Spiel verdientermaßen gewonnen und stehen damit im Viertelfinal und Dortmund ist raus aus dem Pokal. Deine Meinung zum Spiel kannst du da gerne in die Kommentare schreiben und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik